Ah, Mittagspause. Jupp, wer von euch hat Hunger? Oh wow, schaut mal. Wir können unsere Lieblingsleckereien machen. Aus diesen Kaugummis hier. Ich wünsche mir ein Cupcake, also nehme ich mir einen rosa Kaugummi. Schaut mal, und schon hat sich das Ding in ein Cupcake verwandelt. Mh, das war toll und schnell. Ah, riecht einfach super. Hey, ich wünsche mir auch ein Cupcake. Ganze zehn Stück. Mal sehen. Oh ja, es hat geklappt. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Wartet mal, wer will denn schon zehn, wenn man gleich 100 Cupcakes machen kann? Oh nein, ich glaube, ich habe das Ding überschätzt. Wow! Aha, wir sind in einer neuen Challenge gelandet. Na dann, lasst uns beginnen. Wow, das sieht ja cool aus. Jetzt hat jeder von uns einen eigenen Kaugummi und Tomaten. Ja, und um an den Kaugummi ranzukommen, müssen wir unser Gesicht scannen? Okay, probieren wir das mal. Yeah, es hat geklappt. Oh, was für ein appetitlicher Kaugummi. Probieren wir mal. Mmh, so lecker. Ich will mehr davon. Äh, ich sehe immer nicht aus wie ein Clown. Oh, Fehler? Wie soll ich jetzt an den Kaugummi rankommen? Moment mal, ich habe eine Idee. Na, sehe ich jetzt aus wie ein Clown? Hurra, es hat funktioniert. So viel Kaugummi. Haha. Mh, daraus mache ich jetzt eine große Kaugummi-Blase. Boah, sieht ja mega cool aus. Davon möchte ich gleich zehn Stück. Wartet mal ab. Oh, wow, das sieht ja cool aus. Deine Ballons sehen echt toll aus. Du sagst es. Ähm, ich glaube, es wird Zeit, dass wir sie platzen lassen. Boah, das ist mega lustig. Das hat Spaß gemacht. Ach, komm schon, jetzt wein mich. Du kannst ja noch andere machen. Hm, ich habe nur einen Kaugummi bekommen. Moment mal. Das ist kein einfacher Kaugummi, das ist super Kaugummi. Was bedeutet das wohl? Okay, mein Fingerabdruck hat gepasst. Jetzt probieren wir das mal. Mache ich jetzt daraus eine riesige Kaugummi-Blase? Oh, wow. Hannah, pass auf. Ups. Du hast uns alle zum Lachen gebracht. Ach, komm schon, das war doch nur ein Scherz. Sei nicht beleidigt. Ach, wie eklig. Mädels, hört auf, euch zu zanken. Wie auch immer. Ihr habt eure Kaugummis probiert, jetzt bin ich dran. Ich nehme mir Banane und Erdbeere. Oh, ja, das ist die beste Kombination überhaupt. Hm, riecht einfach toll. Ah, ich liebe es. Wie wäre es denn mit Wassermelone? Oh nein, der Automat ist kaputt. Jetzt hör sofort auf. Gib mir meinen Kaugummi. Jetzt mach schon. Ups. Gefangen. Danke, Kate. Ich esse deinen Kaugummi liebend gerne. Mh, schmeckt ja wirklich nach Wassermelone. Hey, Finger weg. Das ist mein Kaugummi-Automat. Ich hab gesagt, Finger weg. Wisst ihr was? Gleich werde ich es euch zeigen. Pass mal auf. Ah, nein, nein, nein. Hör auf, das tut doch total weh. Warte, Hannah, wir können die Dinger doch fangen. Wow, das macht voll viel Spaß. Tatsächlich. Mh, lecker Schmecker. Hahaha. Ah, Moment mal. Das war es schon? Mensch, ich hab gar nichts probieren können. Das sind meine Kaugummis. Finger weg. Ich frag mich, was uns diesmal erwartet. Hm, ich hab nur einen Ring. Voll schade. Und ich hab ganze Zehen. Hurra. Mädels, ihr werdet es nicht glauben. Ich hab ne ganze Schüssel bekommen. Oh, was für ein Aroma. Ich lieb die Dinger. Da stimme ich dir zu. Sorry, Mädels, aber ich kann nicht mehr länger warten. Ich will unbedingt reinbeißen. Mh. Wisst ihr was? Ich weiß, wie das alles noch leckerer schmecken wird. Ich brauch ein bisschen Milch. Aber ich bin viel zu faul, um aufzustehen. Deshalb benutze ich einfach ein Portal. Ich hab die Milch gefunden. Ah, also jetzt muss ich Milch hinzugeben. Moment mal. Also dann, reinkippen. Und genießen. Mh, was könnte besser sein? Denkst du, die Milch macht alles viel leckerer? Probieren wir mal. Aber eine Flasche Milch ist doch viel zu wenig. Ich stell meine Flasche in die Klonmaschine und mach mir daraus zehn Flaschen. Oh, ist das cool. Yeah. Jetzt werde ich genug Milch haben. Die reicht für meine ganzen Cornflakes. Wow, das ist ja echt genial. Du sagst es. Aber hier fehlen noch ein paar süße Sirupe. Ich mach mir jeweils Milch mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Boah, ich kann's kaum erwarten, das alles zu probieren. Mh, sieht richtig schön aus. Mädels, wünscht mir guten Appetit. Na, dann fangen wir mal an. Lecker Schmecker. Äh, du bist total schlampig, weißt du das? Hanna, mach weiter. Ich hab doch eh nur einen Ring. Also, probieren wir mal. Moment mal. Wartet. Ich hab meinen megacoolen Blastergans vergessen. Damit hab ich meinen Ring vergrößert. Ja, das wird mich sicher satt kriegen. Mhm, sieht größer aus als ein Donut. Und außerdem schmeckt das total lecker. Boah, das ist ja cool. Wow, ich frag mich, was wir diesmal bekommen. Mh, so viele Bonbons. Hm, ich hab nur ein Stück, schade. Ich hab zehn Bonbons, gar nicht schlecht. Oh, Glück gehabt. Ich unterbreche dich nur ungern, aber darf ich anfangen? Dankeschön. Also, als Entdeckerin werde ich dieses Bonbon schön probieren. Und dann erzähle ich euch, wie das schmeckt. Wisst ihr was? Da ist Brause drin. Britney, hast du das gesehen? Ich hab noch nie ein Bonbon mit Brause probiert. Oh, wow. Ich hab ein kleines Feuerwerk im Mund. Megacool. Wer möchte nächster sein? Ich natürlich. Hm, ich mag Bonbons vor allem mit Brause. Gut, dass wir so viele Geschmacksrichtungen haben. Hm. Lecker Schmecker. Oh, wow. Da explodiert ja richtig was im Mund. Ups. Ha, voll lustig. Na dann, jetzt hab ich so richtig Lust bekommen. Ey, kannst du ein bisschen vorsichtiger sein? Tut mir leid, Mädels, aber ich wollte nicht mehr lange warten. Apropos, das bringt mich auf eine Idee. Ich kann die ganzen Bonbons in den Mixer legen und mir daraus lecker Streusel machen. Wow, das sieht so toll aus. Na, seid ihr bereit, ein richtig cooles Feuerwerk zu sehen? Dann fang ich an. Oh je. Ach du meine Güte. Oh Mann. Voll krass. Das war ganz schön stark. Das könnt ihr laut sagen. Och, Menno. Ich hab nur eine Hühnerkeule. Aber eine ist immer noch besser als gar nichts. Also balz ich mal rein. Mh, der schmeckt ja richtig lecker. Moment mal. Ah, dieses Hähnchen ist mega scharf. Ich halt's nicht aus. Dankeschön, Mädels. Oh, voll gut. Jetzt geht's mir besser. Äh, wie soll ich denn einen ganzen Eimer davon schaffen? Na gut. Stück für Stück. Schließlich bin ich tapfer. Ich kann das schaffen. Es ist zwar mega schwer, aber ich kann das trotzdem. Oh, oh je, oh je. Gleich wird hier was explodieren. Rettet mich bitte. Och, du Arme. Warte. Ich hab genau das, was du brauchst. Mh, so kalt. Oh, dankeschön. Das Eis hat mir geholfen. Glaubt ihr nicht, dass es ein bisschen zu kalt ist? Oh nein. Ich hab's wohl ein bisschen übertrieben. Ich muss dich wieder auftauen lassen. Das Hähnchen wird dir helfen. Och, danke. Jetzt ist mir wieder warm. Hanna, du bist Nächste. Haha. Ja, ihr habt recht. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie werde ich es schaffen. Na, dann fangen wir an. Hm, so weit, so gut. Ah, Aua. Hilfe. Ich bin fertig. Ich hab gesagt, ich werde es schaffen. Oh je. Bist du in Ordnung? Ja, so weit. Wobei, nein. Oh je, oh je, oh je. Mach's gut. Oh, jetzt geht's mir besser. Moment mal. Bin ich etwa am Nordpol? Ah. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg uns am Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi, tschüss. Tschüssi, 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 tsch